Privatinsolvenz, Sie sitzen 12 bis 13 Jahre in der Falle. Vermeiden Sie die Nachteile der Privatinsolvenz. Bewegen Sie Ihre Gläubiger lieber zu einem Schuldenschnitt. Erst recht, wenn sich Ihr Gläubiger mit Händen und Füßen gegen solch einen Vergleich sträubt. In diesem vermeintlich hoffnungslosen Fall können Sie jetzt eine Geheimwaffe einsetzen, mit der auch der Widerstand sogar des widerspenstigsten Gläubigers binnen Minuten in sich zusammenfällt. Umgehen Sie den Fallstrick namens Privatinsolvenz und vermeiden Sie mit dieser genialen Methode Zwangsvollstreckungen, eidesstaatliche Versicherungen oder die Abgabe des Vermögensverzeichnisses oder des Insolvenzverfahrens. Bleiben Sie wirtschaftlich unabhängig, bewahren Sie Ihre menschliche Würde und bereinigen Sie Ihre drängendsten Schuldenprobleme auf eine legale und durch und durch legale Art und Weise. Erreichen Sie auf diesem Weg ohne die Nachteile der Privatinsolvenz rasch und zuverlässig Ihre Schuldenfreiheit. Halten Sie dabei sogar die Kosten auf einem extrem niedrigen Niveau und kommen Sie in sehr kurzer Zeit ans Ziel. Der Titel sagt eigentlich schon alles. Wenn Sie beispielsweise keinesfalls in die Privatinsolvenz gehen wollen, aber bei einem widerspenstigen Gläubiger endlich den Durchbruch erreichen und einen vernünftigen Vergleich aushandeln wollen, dann geht das bedeutend besser, wenn Sie eine dritte Person ins Spiel bringen. Was aber soll diese dritte Person machen? Was soll sie dem Gläubiger ganz genau sagen? Genau das ist die Gretchenfrage. Und die geniale Antwort darauf liefere ich Ihnen in meiner Insider-Depesche hohe Schuldenvergleich über dritte Person. Eines kann ich Ihnen versichern. Die Tricks und Kniffe, die Ihnen diese Insider-Depesche vermitteln, kennt garantiert kein Schuldenberater, kein Rechtsbeistand und auch kein anderer Jurist, die kennen meistens ohnehin nur die dümmste Standardantwort, gehen Sie doch einfach in die private Insolvenz. Lassen Sie sich nicht auf diesen schlechten Handel ein. Dieses Wissen, das Sie wie auf Schienen zu einem spitzen Vergleich führen wird, finden Sie einzig und allein in diesem Buch. Weitere Neuigkeiten finden Sie auf der www.erfolgsonline.de. Wir sehen uns, bleiben Sie stark, Ihr Wolfgang Grademacher.